Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie in Toms Art Shop in Bocholt begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Peter Köhnen und wir sind seit 30 Jahren mit Leidenschaft im Kunsthandel tätig. Als Vereinigung aus Online-Kunsthandel und Galerieinhaber bieten wir Kunstinteressierten aus aller Welt Kunstwerke namhafter und prominenter Künstler. Was uns besonders wichtig ist, der Kontakt zu unseren Künstlern, mit denen wir arbeiten, wie zum Beispiel Armin Müller-Stahl, Udo Lindbergh oder viele andere. Dadurch gelangen wir immer wieder an besondere Einzelstücke, was besonders interessant für unsere Kunden ist. Entdecken Sie unsere einzigartige Werkauswahl an Pop-Art, zeitgenössischer Kunst, 3D-Grafiken, Leinwandbildern und vielem mehr. In unserer Galerie bieten wir unter verschiedenen Kunststilen für jeden Kunstdiebhaber das passende Objekt. Durch unsere langjährige Erfahrung im Kunsthandel haben wir viele Informationen zu Künstlern und Kunstwerken, an die wir Sie gerne teilhaben lassen. Stöbern Sie in unserem Online-Shop und lassen Sie sich von unseren Unikaten und künstlerischen Neuzugängen verzaubern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Wir sind gerne für Sie da.